Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Pflegetipps und Tricks Die Pflegekraft führt eine hygienische Hände des Infektions durch und zieht Schutzanzugel bei den folgenden Grafiken zwecks bessere Visualisierungen nicht dargestellt an. Der alte Verband wird vorsichtig abgelöst und danach entsorgen. Die Pflegekraft stellt sicher, dass sie keinen zu großen Zug auf der die Sonde ausübt. Die Halteplatte wird gelöst und senkrecht aufgestellt. Die Wunde wird untersucht. Zu achten ist auf Blutungen nur direkt nach der Neuanlage noch ein. Drötungen, Schwellungen, Verhärtungen, Sekretionen werden gegebenenfalls werden die Handschuhe entsorgen. Die Pflegekraft führt eine zweite hygienische Hände des Infektions durch und zieht sterile Handschuhe an. Danke, dass ihr so geschaut habt. Die Likes und Kommentare werden mich sehr freuen. Bleibt gesund! Wenn es wieder heißt, neue Absolutergelik, Pflegetipps und mehr. Haut rein!